Geht schon? Ja. Wie du drehst, wie sei es jetzt schief? Geht schon? Ja. Jetzt sind ja für das folgendes Bild gelaufen. Das habt ihr ja nur beim Arbeiten gestellt. Hallo meine Lieben! Ich sag nicht meine Lieben, oder? Jetzt sag ich meine Lieben. Das ist schon mal ein Outtake, urgut. Sie müssen raus aus dem Krimschweig, wenn auch nicht. Der rollt aber der Schimmel des Gießs und ein Tantes. Er schnaubt und rollt und er gibt uns keinen Aufschluss bis zum jüngsten Tag. Er schickt uns gleich den Strafantrag. Ich bin Angelika Nidecki und spiele Schwester Maria Hubert. Ich muss was lassen, jetzt tut mir leid. Die Schwester Maria Hubert ist quasi die zweitranghöchste nach der Mutter Oberin. Ich arbeite aber gern Mutter Oberin. Das ist ein bisschen mein Problem. Mich zur Mutter Oberin empor zu arbeiten und die kleinen Schwestern von Trafstetten aufzubauen zu den großen Schwestern von Gumpoltskirchen. Ich bin der Christian Frank, mache musikalische Leitung und die Arraschmaus. Die Musik ist sehr vielschichtig, muss ich sagen. Also von klassischen Elementen über Gospel-Elementen bis hin zu Pop, Fog. Alles dabei. Gehen wir einfach ins Kino! Hallo, ich bin die Ruth Brauer und ich spiele die Amnesia. Also Schwester Amnesia, Schwester Marie, weiß man nicht genau wie ich heiße. Also ich weiß es nicht mehr, weil ich habe mein Gedächtnis verloren. Und das ist Marionette. Das ist mein alter Ego. Oder? Bin ich dein alter Ego? Bin die Marionette. Und von der werdet ihr später dann mehr erfahren. So. Bist du jetzt ruhig? Ja. Entschuldigen Sie uns einen Augenblick. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Ja, also ich spiele die Mutteroberin, also die Chefin des Klosters, die einerseits sehr streng ist, andererseits ist sie, glaube ich, sehr liebenswert. Na, sie ist eine tapfe, stabile Person. Jetzt holen wir mal zu. Ich bin Sona McDonald und ich spiele Schwester Maria Robert-Alan. Jetzt hör mir mal zu. Meine Figur möchte unbedingt nach vorne, also nicht im Chor, sondern unbedingt ein Solo haben und sie ringt damit, das von der Mutteroberin zu bekommen. Das ist ein riesiges Problem. Eigentlich mit ihr, mit ihrer Vorgesetzten. Einfach mehr Volume. Einfach mehr Volume. Ich bin die Hanma, ich spiele die Schwester Marie Leo und bin die Jüngste, ich bin eine Novizin und meine geheime Leidenschaft ist der Balletttanz. Ich bin der Werner Sobotka, ich mache Regie bei Nonsens und die Frage, die sich stellt, ist, worum geht es in Nonsens? Und die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es so wenig Handlungen auf der Bühne gibt, aber so wahnsinnig viele Handlungen, die vor Beginn des Stückes stattfindet, dass man eigentlich gar nicht wirklich erzählen kann, worum es geht. Worum geht es in Nonsens? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht beantworten, weil die sind mir einfach vom Bahnhof aus nachgelaufen. Ja, fünf Nonnen, die... Die jetzt. Es geht darum, dass die... Für die vier mehr Willen kann ich davon haben. Und... In diesem Fall... Wir brauchen Kohle, um die letzten vier Schwestern zu beerdigen. Und ich weiß nicht, was die anderen aufführen, dauernd und davon abweichen, das ist das Wichtigste. Cool! Ich glaube, es ist lustig. Ich glaube, es ist ein lustiges Stück. Ich glaube, es ist ein lustiges Stück.